Hallöchen, Hallöchen. Willkommen wieder zurück bei Atomic Heart mit dem verrückten Roboter. So, wir gehen hier mal lang, wo wir hier rauskommen. Wo waren das diesmal? Ah, wir sind hier drin. Geben wir den Staff. Boah, in den Schneeball. Wie geil ist das denn? Wir sehen, ob das gut ist, ob wir hier herstellen können. Oh, da bin ich jetzt nicht gespannt. Autorisierung. Ungenehm. Es sind drei Waffen, die nicht herstellen können. Nächste Waffe. Teilplan. Das tun wir auch speichern direkt. Speichere Daten. Weiß ja nicht, ob ich mir das merke. Oh mein blöd, was ist hier? Das ist doch ein Witz. Witz. Geht doch. Äh. Ich muss mal drehen. Geht doch mal drehen. Das muss bekehrt rum. Ja. So deutsch. Geht doch. Geht doch. Geht so. Okay, geh auf. Wo kommen Leute wie Petrov in einer blühenden Gesellschaft wie unserer überhaupt her? Willkommen zu unserer umwerfenden Vorstellung. Die Hauptperson wird jeden Moment vom Publikum gelünscht. Ach Mann, ist das eigentlich... Alter, was riecht hier so? Okay. Fass mich nicht an. Bist du nicht da rumgedrungen? Wollen wir einen Scheiß hier? Lass mal mit. Da auch. Ja, das ist ein Major. Kann ich mal springen hier. Ich würde das eine noch bleiben. Was ist da oben? Bist du nicht da rumgedrungen? Okay, okay, okay. Einmal aufladen Nein 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 Jetzt kann ich ziehen Nein 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 Einmal nachladen Nein Jetzt geht endlich auf Soll ich aufgeben Ich will den Scheiß hier los sagen Ich zieh nicht viel ab Nochmal drauf hier Ich weiß nicht ob das was bringt Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht Nein 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 Ich weiß nicht 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 Ich hab das besser gehabt. Ah, verdammt das scheiße. Oh, wey. Choplix. Ich darf jetzt jedenfalls nicht drauf gehen. Ich hab einfach nix. Ich hab einfach nix. Ich hab einfach nix. Nein, 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 nein. Nein, nein. Nein, 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 nein. Ich hab jetzt noch die kleinen. Ich hab jetzt noch die kleinen. Ich hab jetzt noch die kleinen. Ohnblickend... Ah, schädte Feuer... ...ein... ...ne tief... Okay, das wird ein Katzenmausch wieder richtig... Stille Major! Stille! Autsch! Kaptunk immer wieder viel zu. Fass! Jaaaa! Ja. Okay, mal wieder aufladen. Das 1 strafft die irgendwie ein bisschen was bringt hier. Autsch! Nein, ich geb' nicht aus. Autsch! Ich reiß dir das Herz raus! Autsch! 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 Ich muss nur die Kleine aber überwacht werden. Boah, du stinkst! Autsch! 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 Stille Major! Stille! Autsch! 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 Ich hab das geschafft hier Vielleicht bringt mir das was Jetzt gib endlich auf Einmal nachlassen Und wieder keinen Strom Kommt noch, kommt noch Geht doch Geht doch Geht doch So muss das laufen So weiter Und Munition Ich muss gleich rein Okay Es sind Jetzt nichts, ne? Wer denkt die noch? Hm, okay Ist hier alles wieder offen Ich brauch nur Munition Das kann das werden Ich dachte schon was da oben hängt Okay Das ist eigentlich schon wieder Auch ne Und das wieder Bild muss nach dahin Okay Das muss gedreht werden Ist da So Das ist 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 Okay Unerhörten Beleidigungen Sein lässt Und ich verlange Dass du die Schnauze hältst Und mir nicht weiter Auf die Nerven gehst Ich führe Befehle Von Doktor Sechalov aus Dimitri Sergejevic Will wissen Wann du ihm Petrov auslieferst Dein Schützling Kann nirgendwo hin Er hat den Verstand verloren Er beobachtet mich Über die Kameras Rezitiert Gedichte Und brüllt in den Lautsprecher Eine Stunde Dann hab ich ihn Lebend Versucht Dimitri Sergejevic Diesmal nicht zu enttäuschen Ach Leck mich Nicht doch Genosse Stockhausen Trifft keine Schuld Er will doch nur helfen Ja ja Der will doch nur Petrov Die Frau ausspannen Okay Alles klar Hier wo noch ein bisschen Strom Oh Wie nice Okay Okay Dann machen wir auch mal Das Ding hier aus Dann muss das hier runter Das da runter So Das muss gedreht werden Und das Gibt's eins hoch Und das So Läh Das muss hoch hmm yes okay Was tust du denn her? Na dann, Stuff. Ein paar Schulter? Ja, gar nicht. Kann ich jetzt fahren? Also. Ach, ok. Muss ich damit fahren. Ich darf die anderen Station fahren? Ich möchte, darf sein. Ach doch, ich kann auch alle Station fahren. Gucken wir erstmal, wo das ist. Das ist jetzt, da waren wir, ok. Das ist, hier, ne? Das ist doch noch ein Business-Dach hier. Da kommt jetzt noch, das ist bloß der Einzige. Nichts mehr? Ne. Das ist jetzt hier oben. Okay. Dann wir uns nach oben. Ne. 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 Pollition von denen kann ich jetzt auch herstellen. Ne. 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 jetzt auch herstellen drei gute waffen was soll es sein major zugang gewährt autorisierung ist der weg so auch das ist das ist wie wird es und hier schädbar genug was soll es einmal johanns waffen verbraucht Okay, dann müssen wir jetzt Unterschrauben sammeln gehen, die Sachen. Müssen auf die Munition aufpassen. Müssen auf die Munition vorwerfen. Wahnsinn, bei großem darf nicht ohne Wache gehen. Okay, so. Guck mich nicht rüber. Äh. Was ist da rüber irgendwie? Guck und da? Nee. Guck und da komme ich. Nee, hier dann. So. So. Komm ich irgendwie. Nee. Komm ich da rein. Wie du bist du? Was war am Leben? Da müssen wir alles da auf. Hm. Das darf ich jetzt mal suchen. Ja, das war ich hier. Komm ich gar nicht weiter. Hier unten waren wir. Wie soll ich jetzt da hinkommen? Oh, hängen wir in Schwester. Schwester. Hier kann ich nicht rein. Hier muss ich hoch. Hier muss es einen Weg geben. Ja, okay. Ja, runter muss ich. So. Aber ich würde es dann sagen, das sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Däumchen da lassen. Bis dann. Ja. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.